Jetzt tanzt normalerweise Viktor ein Tango Kajenga. Ich bin etwas nervös, weil ich jetzt nicht genau weiß. Also, Viktor ist schon etwas älter, 81. Und er hat gerade eine neue Hüfte bekommen, Titan, glaube ich. Und er fühlt sich noch etwas schwach und ich habe ihn noch nicht gesehen. Viktor, ich weiß nicht genau. Also, der Kajenga ist eine Tanzform, die um 1900 ungefähr entstanden ist am Rio de la Plata. Als Vorläufer des Tango. Viktor? Viktor! Josh? Ah, Viktor! Ah, Viktor! Ja, also, hallo Viktor. Tanzt du schon wieder? Drago mit Krücke, hast du was mit Krücke? Nehmen wir vielleicht ein Gedicht, Poema. Normalerweise gespielt von Kanaraba. Vielleicht haben wir was Frischeres, Modernes, Viktor etwas in Schwung zu bringen. Schauen wir mal. Vielen Dank. 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 Bravo.